Herzlich Willkommen zurück zu OurWatch. Hallo. Na, was geht? Ja. Nephi liebt mich nicht mehr. Was? Breaking News. Was? Was kannst du so doch nicht sagen? Doch, doch. Du hast mir eiskalt nicht zugehört. Ich habe ihm eine Frage gestellt und er hat mich ignoriert. Das heißt, er liebt mich nicht mehr. So läuft das. Ich war kurz Brainavcar. So funktionieren Beziehungen. Ich war Brainavcar einmal kurz so. Das darf mal passieren. Wie oft bist du Brainavcar und hörst mir nicht zu? 24-7. Ja, also. Siehst du? Aber bei mir ist das jetzt schon so schlimm. Das ist ein One-Way-Ticket, okay? Das kannst du dir nicht einfach Beidseitigkeit verlangen. Natürlich. Ach, hallo. Turm, hör auf zu schießen, wenn Genji reflektet. Das ist dumm. Ist hier ein Genji oben? Ne, ist unten in der Hütte. Hilfe. Schau wieder an das Sombra. So viel kann ich nicht heilen. Oh. Oh. Sombra dead. Da hast du gesehen. Ich hab die Rüstung zugeworfen. Danke. Ich hab sie aber nicht eingesammelt. Was? Ich hab sie nicht gesehen oder ich hab sie schon verloren. Na raus, Reinhard. Aua. Der ist nur Widow. Der ist nur Widow. Unten, unten links. Ich hab gemerkt, ich hab mir in den Arsch geschossen. Hab ich gemerkt, doch. Okay. Wäre auch zu gut gewesen. Wäre auch zu geil gewesen, wenn das funktioniert. Ich hab mich hier runtergeschubst. Oh, scheinbar. Ah, ich häng' fest. Brauchst du Rüstung? Ah, du bist runtergeschubst worden. Ja. Uncool. Left click, we do. Right click. Right click, ri-ba. No. Ich brauche Rüstung. Lol. Mein Turm so. Nicht mal Danke sagt er, weißt du. Danke. Da drück ich, da drück, nee, ich rede nicht mit dir, ich rede mir lieber. Achso. Weißt du, da drück ich, da drück ich hier eins für ihn. Und was macht er? Nix. Nix macht er. Jetzt nur Rüstung. Holy shit. Dein Turret. Nee, der lebt noch. Nee, 20 HP hat er nur verloren. 200 hat er noch. Ich drück gleich Q, wenn die angreifen auf meinen Turret. Oh, völlig gut. Reaper, das war für mich, du Arsch. Ich hab mir das Medikit da nicht für dich hingelegt. Das ist ein Somba. Wieso greifen die meinen Turret nicht mehr an? Ich weiß gar nicht, wo der Turret überhaupt ist. Oh, ist versteckt hinterm Schild. Ich benötige Rüstung. Keinen Bock mehr, oder was geht da ab? Mein Turret, mein Turret fuckt die voll ab. Wenn ihr da hinter der Wand steht, kann ich euch nicht helfen. Oh, die Seiya habe ich noch. Ich bleib hier oben auf meinem Ding stehen. Ja, bleib da oben. Oh nee, brauchst du mich gar nicht mehr rein. Ich schweb hier nicht weg. Nö. 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 Ich seh euch durch die Wand. Ich seh wir alle schon kleine gelbe... Ich seh das, ich seh das. Ich komm da nicht hin. Nö. Nö. Ich schieße einfach mit Links-League-Random da in die Ecke. Gleich... Vielleicht stirbt da was. Gleich stirbt da was. Ich werfe noch Rüstung hin, ich heile. Oh nein, der... Der Reinhardt. Jetzt verlieren wir, ich seh's schon kommen. Nur weil ich nicht gekommen bin. Ich treff voll gut gerade. Was ist los? Voll geil. Really? Der ist jetzt echt am... Oh mein Gott. Kannst du mich heilen? Danke. Nö. Wie? Nee. Komm kurz zu mir. Ich hatte mich doch geheilt. Ich musste nur kurz uns Rosaria retten, weil ich wollte nicht beide Tanks verlieren. Ich bin so overextenten alle so. Ich weiß nicht, weil sie cool sind. Wir gewinnen doch eh. Jetzt sterbt ihr alle. Ich hab keine Ult mehr. Nein, ich verliere gerade. Nein, der Kippe ist. Ich hab Gold-Damage, Gold-Kills, alles. Und weil die alle so overextenten, verlieren wir jetzt. Blue war die einzig Weise hier. Ja, ich hab gesagt, ich bleib hier hinten. Aber niemand hat auf mich gehört. Jetzt einfach mal sammeln geslamt. Ich bin die einzige Person, die noch am Leben ist. Hilfe. Will man das jetzt verlieren, Leute? Ich seh nicht ein, hier zu sterben. Ich sterb hier nicht. Ich bleib für immer sinnvoller. Not today. What? Jetzt haben die einen Torb. Och Mann. Jetzt ist alles verloren. Weißt du, wie die unseren Sieg weggeworfen haben, ey? Jetzt bin ich tot. Nope. Ja, die anderen haben unseren Sieg weggeworfen. Das ist so traurig. Bin ich doch noch gestorben. Ich war so gut. Voll gethrot, Mann. Seufz. Jetzt bin ich Doomfist. Das kann ja nicht gut gehen. The Olpa. The Olpa. Ich weiß nicht, wie man Doomfist spielt. Wie man Doomfist spielt? Doomfist. Ich hab das Gefühl, dass mit diesem Turret ist ein Problem. Nein! Zwei Arnas. Ich bin so fucked. Ähm. Wie geht man da jetzt ran? Was soll ich gegen zwei Farahs machen? Nein! Die Farah! Ich kann als Farah... Wieso zwei? Achso, es sind zwei. Ja, geil. Mehr Kree sein. Ja, das wird laufen. Ja, ist doch gut. Du bist Farah-Counter. Schatzi. Ich bin Mercy. Wollen wir tauschen? Wollen wir eben die Rechner tauschen? Ja. Warte auf mich. Du triffst jetzt Dinge, komm. Ich tr... Wie? Wie? Triff Dinge. Ja, losgetroffen. Oh, ich hab's getroffen. Losgetroffen. Nochmal. Aber es ist nicht tot. No repeat. No repeat. Ich glaub, ich hab's getroffen, aber es war nicht genug. Oh Gott, die haben spammt hier die ganze Zeit. No repeat. Oh, 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 oh. Ich hab's getötet. Jetzt machst du's nochmal alleine. Nein. Oh nein. Oh nein. Da waren Turrets. Da waren Turrets am Card. Du hast nicht die Farah getötet. Nee, ich hab den Senyatta getötet. Tut mir leid, der ist langsamer. Das ist richtig nicht so viel. Tut mir leid, der ist langsamer. Ja, man. Lalalalalalalalalalalala. Jetzt bin ich halt Symmetra, also kann ich auch keine Farahs mit töten. Alter. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Oh, fuck me. Nice try, Anna. Oh, fuck, die Sim hätte ich aber schon gerne. Oh, Gott. Treff nix. Oh mein, fuck. Ich bin noch nicht in Hanso eingespielt. Könnt ihr bitte mal das Card contesten? Ich versuche meine Ulti gerade aufzubauen noch so schnell. Nein, keiner geht ans Auto. Warum geht es dir keiner an die Karre? Kein einziger. Ich wollte einen Kill holen und war wichtiger als Card. Nicht einen. Ich wollte meine Ulti haben und dann von hinten drauf schießen. Ja, siehst du, als warst du auch nicht im Card. Ja, oh Gott. Siehste? Siehste? Aber es kann ja nicht sein, dass von sechs Leuten einer einen Plan hat und der Rest nur doof in der Gegend rumsteht. Ich hatte einen Plan. Mein Plan war Schweinchen töten. Okay, von sechs Leuten zwei Leute einen Plan hatten. Ich hatte einen tollen Plan. Schnu. Für jedes Schnu ein Like, Leute. Ne. Doch, jetzt. Jetzt ist das. Wieso? Nö. Doch, du hast jetzt geschnügelt. Jetzt muss jeder einmal liken. Bin dagegen. Nö, ich nicht. Bin dagegen. Meine Schnu sind nicht käuflich. Sind keine... Kannst du nicht einfach gegen Likes tauschen. Das ist nicht... Das ist hier nicht so... Das ist... Das ist hier nicht am Flohmarkt. Schnurhandel. Das ist... Nein. Was hörst du jetzt mal auf mit dieser Dose da rumzuspielen? Ist leer. Ja, dann musst du nicht damit rumspielen. Ich brauch ne neue. Ja. Eine ist noch im Kühlschrank. Brauchst du dann noch mehr neue? Müssen wir nochmal losfahren. Das ist dann ein Problem. Ja. Ich bin Sim. Ich bin Farrah. Yay. Da hast du jetzt Bock drauf. Ja. Okay. Ist besser als McCree zu sein. Mit Farrah brauchst du mehr Aim, aber ist okay. Ne. Da brauchst du ganz anderes Aim. Damit treffe ich... Mit Farrah treffe ich manchmal. Da musst du noch mehr predikten als mit McCree. Ne, mit McCree... Mit McCree verstehe ich einfach nicht, wie... Wie das Ding geht. Die Kills triffst du auch. Ja, ne. Irgendwie nicht. Ja, doch. In meinem Gehirn ist das anders. Ne, in deinem Gehirn ist vieles anders anscheinend. Das stimmt. Das mag sein, aber... Bei Farrah verstehe ich, da kommt ne Rakete drauf. Und die fliegt da ein Momentchen und dann trefft sie auf. Ja, wie bei Zen. Also musst du mit Zen ja auch treffen. Ja, manchmal tue ich das. Also ich bin jetzt kein super mieser Zen. Ich bin so ein mittel mieser Zen. Und ich mag Zen. Zen ohne Aim. Bin halt so... Hab halt so meine Momente, okay? Hasse das. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich wollte hier nicht sein. Oh Gott, ich hab mich fast selbst umgebracht. Haben wir Heilung? Haben wir... Hi... Shit. So viel dazu. Oh shit. Jetzt bin ich tot. Orisa surprised me. Oh Gott. Ich hab versagt. Mahlzeit. Danke. Hey, ich bin Zen. Mir erzähl mal, was du kannst. Okay. Wenn du so toll bist. Ich hab nie gesagt, dass ich gut bin mit Zen. Das klang aber so. Hab ich nie gesagt. Das ist das, was ich mir ausgesucht hab, gehört zu haben. Also jetzt... Ausgesucht hab, gehört zu haben. Ausgesucht gehört zu haben hab. Ausge... Ausgehabt gehört zu haben. Was? Also erfuhren. Das ist jetzt aber üble Nachrede hier. Deformation. Nicht okay. Warum ist hier überall Affe? Überall ist Affe. Überall sind Affen. Affe. Affe, 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 Affe. Was ist denn hier los? Die sind überall und nirgends hier. Der eine Affe... Ich hab einen Affen gesehen und auf einmal ist hinter mir noch ein Affe. Jetzt bin ich Anna. Oh, jetzt hat er wieder eine neue... Oh Gott. Holy shit. Flieg und sieg. Oh Gott. Die Mercy ist in uns. Hilfe! Ich hab sie einmal getroffen, die Mercy. Das war zu viel für mich. Wir haben eine Anna, die mich heilt. Oh nein. Hallo! Ich heile. Hab ich nix von gespürt. Ich hab nur den Affen an mir brutzeln gespürt. Oh nein, jetzt haben wir zwei Anna's, die nicht heilen. Verdammt. Achso, du auch. Oh, oh. Viel zu kurz geworfen. Ich kann halt nix gegen Affen machen. Als Heiler. Aber ein Affe ist jetzt tot. Ne, die haben schon wieder neun Affen. Der Affe ist nochmal Affe geworden. Achso, sie hat ihn gerest. Oh mein fucking Gott. Können wir den Winston da bitte umbringen? Ach, jetzt ist er abgehauen. Ach, jetzt ist hier noch ein Affe. Mann! Fucking mega pre-made. Hä? Okay. Ja, die sind doch auch ein Vierer pre-made. Ich möchte sagen, dass ich das N-Wort nicht gedroppt hab. Das wurde gedroppt und ich hab's nur vorgelesen. Danke. Ähm, bei mir ist das zensiert. Bei mir nicht. Ich hab ein zartes Herz. Aber in meiner Vorlesung ist heute auch das N-Wort an der Wand jedenfalls gestanden. Aber das hat doch rein wissenschaftliche Gründe. Aber das hat doch rein wissenschaftliche Gründe. Und das hat nichts damit mit Rassismus zu tun. Okay? Das wurde extra betont. Schießt'n der da ab? Symptome? Ich krieg die ganze Zeit Killfeeds hier. Hinter uns ist ein Affe. Ah, wieso ist der immer hinter uns? Oh, er ist tot. Oh Gott, wieso geh ich hier runter? Wieso geh ich hier r- Wieso? Wieso tue ich sowas? Ich hab keine Kontrolle über WSD. Ich hab keine Kontrolle. Affe! Oh mein Gott. Wieso ist da noch ein Affe, der mich immer killt? Und warum können die das auch noch? Ja, ich bin Mercy. I'll be watching over you. Oh, ups. Bin gegen die Wand gelaufen. Das gehört dazu. Mhm. Ey, das Spiel will einfach nur, dass ich mal den ganzen Halloween-Skins hier zur Schau stelle. Jeder Held hat einfach einen coolen Halloween-Skin, den ich hier grad bekomme. Ach, wie nirgends. Ja, boostet mich auf 40. Jawoll. Boostet mich auf 50. Jawoll. Do it. Do it. Do it up. Do it. Töte sie. Ach, den Winston. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schubsen, nein. Ich hab Joghurt im Rucksack. Ich hab Joghurt im Rucksack. Oh, it's high nun. Ich bin tot. Sombra töte den Besten. Bitte. Nein, sie teleportiert sich weg. Oh, ich werde sterben. Der Winston hat mich einfach geschubst, obwohl ich Joghurt im Rucksack habe. Ich darf nicht zu Joghurt im Rucksack gehen, wenn ich Mercy bin. Ähm. Im Dings. Da, mach den Affen. Mach den Affen. Das ist wichtig. Oh mein Gott. Natürlich kommt der jetzt hier. Der Payload. Er ist reached. Reinhard, der mich pumpst. Widowmaker hier. Läuft er mir hinterher? Was will der Reinhard denn von mir? Nee, nee, Reinhard. Was will der von mir? Sombra, ich bin... Danke. Also ich hab nicht ihn, aber ich hab mir ein anderes Gericht. Mir ist ein Reinhard die ganze Zeit hinterher gelaufen. Das war so creepy. Ja, der mochte dich halt. Fuck. Oh, mach den Affen bitte schnell. Oh, der Affe. Wie der springt. Hey, ho. Affen Alarm. Nein, jetzt haben die eine Sombra. Brauch Heilung. Wieso krieg ich immer Helden? Ich will doch einfach nur guten Helden spielen. Ah! Wo? Wo? Alle Helden sind gut, aber ich kann sie nicht gut. Diokain. Was bedeutet das? Weiß nicht. Wir haben wieder extrem nette Menschen in der Gruppe hier. Ich treff die. Ich treff die. Mann! Warte, ich helf dir. Affe! Schub sie nicht weg. Ich frie ihn ein. Ich musste, weil der mich sonst getötet hätte. Jetzt hat er geultet. Jetzt hat er geultet und gewastet. Der ist weggehüpft. Au! Der... Der hüpft dich an! Oh, nein. Hilfe! Nein! Oh mein Gott, der Affe ist endlich tot. Gott damn it, dieser Genji. Der wollte mich aber echt dringend. So. We are all soldiers now. Don't worry, my friend. Ich habe den McQueen's Bein geschossen. Gut gemacht. Er ist won. Hinter uns. Ach nee, das ist der... Das Haus ist weh, das ist feindlich. Wir Torbjörn. Huh. So, ich bin jetzt hier oben. Ich habe meine Ulti. Und ich habe eine Sombra gehört. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Hä, wo? Wo? Was denn? Wo passieren hier gerade die Dinge? Bei mir. Wo bist du... Das ist, ähm... Nein! Gengu, hey. Mein Mann. Mein Mann. Oh, weißt du, ich bin jetzt weg. Jawoll! Nice so. Digga. Der Reflekt war real. Digga, digga, digga. Die kommen schon wieder von da. Meinen Ernst? McQueen? Hä? Wo kam der her? Ja, von... Ups, da. Ich habe meine... Ach, lol. Ich habe ihn nicht gesehen. Au. Der Genji Reflekt mit dem Dash hinterher war... Gott. Guten Tag. Auf dem Schweinchen habe ich jetzt kein Bock. Alter, Vater. Ja, ja, ja. Okay, die hat mich gejagt. Die haben alle aber auch keine... Außer Tracer hätte ich da jetzt nicht großartig was machen können. ihre sicherheit ist mein oberstes gebunden zu einem besten spring ist doof und winzen zu einem rotok spring ist doof zu einer diva sowieso was geht hier ab ich weiß nicht so genau wir haben schon wieder ein bastion was da los wird der mal gerest ich weiß nicht vielleicht einfach nur glück oder ich stirb einfach nicht voll daneben gezielt oh mein gott was passiert hier hand augen koordination ist halt einfach mal sie haben schon wieder ne mei also ah mei ist eigentlich tot sniper? ne widow haben die ja wie chillt die denn so ihr leben? häufig ich hab hier nen genji gefunden der sein leben chillt und tot ist die chillt rechts hier am tor chillt die gott kann dieser reinhardt mal mit seinem need healing aufhören soll er herkommen wenn er mein feld will mehr heilung aber glaub ich nicht aua aua au ui oh wo ich hab ne ult für die dann treff ich auch oh die haben ne sim ok sim ist tot oh immer wenn ich meine ult hab bin ich tot oh nice nice lu play of the game oh die lustige so play of the game play of the game ich habe das gemacht ich habe es gemacht ich habe es gemacht ich bin die beste das sehr beste Ja! Ist das dein erstes Highlight mit Soldier? Im Leben? Geht dir gut Kuckuck? Hm, ich bin dann so, hm. Und keine Schilde, was ein Pech. Oh, die Sombra, ne, ist zwar die Willow, die noch nie geworden. Tja, guck mal. Könnt ihr mal alle stolz auf Lou sein? Sie hat eine gute Soldier-Kuh gemacht. Hab Kuh getrunkt. Hab sie mir extra bis zum Ende aufgehoben. Ja, nur um nochmal die Show zu stehlen. Ja, ja. Tschüss. 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 Tschüss.